Dann wollen wir uns mal in den Kampf stürzen. Inventar ist noch gut. Leben ist voll. Okay. Im erwachen Zustand verheiratet. Was heißt denn das? Ah, fuck. Let the battle begin. Okay. Poor Sharky stuck fighting me. I'm gonna be back. You'll look today, Tex. I wonder whose luck is worse here. My super punch goes super crunch. I see. I suppose I should expect your lust from the eight tails. I'll finish this in one go, bro. How could I lose to an octopus? You're not bad for a fool, you fool. If you'd be careful, you'd be worse. Fight seriously. Go, I'll finish this in one go. Oh, my God. You can lose. I'll finish the fight. I'll finish this in one go. You and I'll kick off the cliff. I'll finish this in later. I'll finish this in one go. Who's that in the middle going? So war das bestimmt gemein. Ich schätze mal, dass es so gemeint war. Jo, war so gemeint. Rap-Mahlzeit. Oh Gott. Rappen ist für Deppen, Leute. Ich hasse Hip-Hop oder so'n Scheiß. Hip-Hop, grütz im Kopf. Rappen wie die Deppen, ey. Welp, ich meine... Du hast mich durch eine großartige Kampf gemacht, fool, du bist du? Well done, Eight Tales. Es war mehr, als ich gedacht habe. Ich glaube, es ist alles gut. Die Zeit ist fast auf jeden Fall. Und dieser Mann hat uns gesehen. Das ist alles gut. Das Mann? Er hat gesagt, was nervös gemacht hat. Aber, ah, egal. Das ist meine Lutte. Und dein Memento ist für mich, yo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn wir weiter gehen, gehen wir direkt in ihn. Endlich! Los geht's! Genau! Genau! Gespeichert. Nicht gut. Es ist nicht viel weiter. Ich bin nervös. Ich wusste, dass ich würde. Entschuldigung, können wir ein paar Sekunden stoppen? Was ist es, Sai? Sakura, du hast dich selbst zu nehmen, nicht wahr? Nachdem du was du in deine Hand hast, kannst du die resten uns zu schlafen. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es ist wie ich sagte. Wir sind alle in der gleiche Ebene, so zu sagen. Wir gehen zusammen. Das wird nicht passieren. Ich werde niemanden gehen. Sai? Du. Ich wusste es. Ich dachte immer, dass du ein bisschen fischig warst. Die vier von uns allein sind kein Kampf gegen Sasuke. Ich bin nur noch nicht. Ich habe mich geholfen, dass ich das nicht von Ihnen gehen würde. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich werde das nicht sagen. Ich habe das nicht gesagt. Aber trotzdem muss ich Zeit kaufen, bis Kakashi-sensei hier kommt. Sai, mein Geist ist gemacht. Nichts, was du sagst, wird es verändern. Wenn du in meinen Weg gehst, werde ich nicht zurückhalten. Aber... das Spiel schreibt es so vor... 60%...? Sie! Sai... Sie werden in meinen Weg, ohne was? Ich werde dich zurück, bis Kakashi-sensei hier kommt. Ich wusste... Beglein für mich ist schwer. Ich muss das jetzt aufhören! Ich warte auf mich! Ich warte auf dich, Sai! Ich warte auf dich! Ich warte auf dich, Kai! Ich warte auf dich, Kai! Ich warte nicht, alle zu mir immer wieder sich schützen! Ich warte immer wieder! Das war's. Und das sind Lockern, auf 16%! Du hast jetzt, Sai unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt müssen wir... Die Paletten sind immer das Wichtigste für dich. Man muss ja damit auch arbeiten. Das Schöne ist, in dem Ditzel brauche ich nicht viel Quatsch, und das übernehmen die für mich. We win, Loser! Sorry, everyone. Ich muss wirklich auch Sasuke schützen. Nein, sie hat Kiba und Lee mit mir. Mitten in der Isiskelde, die erfrieren doch jämmerlich, das geht nicht. Uchiha. Keine Intention von mir zu hören, ich sehe. Du kannst so viel wie du willst, nachdem wir dich beschädigen. Ich sehe. Matara, seine Füße sind nicht bekannt. Bleib auf deinem Bezug. Sir! Sasuke ist gerade vor. Na dann schnell hinterher. Mein Name ist Sasuke Uchiha. Sakura. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Ich weiß das, Sasuke. Ich muss das machen, Sasuke. Da ging ein guter Party. Danzo, soll ich weitergehen? Sasuke Uchiha. Sasuke? Du gehst zurück. Du wirst sterben, wenn du in das stecken. Oh, oh... Okay. Mal sehen, was du hast, Sasuke. Bevor ich dich zu Ende... Ich möchte dir eine Sache fragen. Was ist das? Ist es wahr, dass es auf deinem und anderen Lieferlerns' Orders war, dass Hitachi Uchiha zerstört meine Klan? Ich habe dich gefragt, ob es wahr ist! Ich glaube, dass er so ein Mann war. Hitachi. Er hat dir alles gesagt, mit seiner Söhne, nicht wahr? Es scheint, dass du alleine wirklich sehr bist. Also... Es ist wahr. Es ist wahr. Selbstverschmutzung. Das ist die Essenz des Ninja. Nichts, um zu sehen die Licht des Jahres, aber eher um die Schmerzen. Es ist nicht nur Hitachi. Es sind viele Ninja-Ninja, die so sterben. Es ist, dank ihnen, dass die Freiheit wurde gehalten. Aber Hitachi, indem sie seine Schmerzen zu dir zeigen, endlich, wirklich, hat die Leif gehalten. Ich spreche nicht weiter, Hitachi. Okay, dann lasst uns mit unseren Augen an. Worte sind nicht notwendig.